26 Minuten, 3 Ballkontakte, 1 angekommener Pass, 1 Ballverlust und Kane-Titel. So lautet die bedrückende Bilanz des Debuts von Rekordneuzugang Harry Kane bei den Bayern, die eben im Supercup am heutigen Abend gegen RB Leipzig in der heimigen Allianz Arena eine 0 zu 3 Niederlage hinnehmen mussten und sich gewohnt schwach zeigten, wie schon zum Ende der letzten Saison. Aber vielleicht passt es auch einfach in das Narrativ, dass ein Harry Kane, der seine komplette Karriere bisher titellos blieb, jetzt nicht direkt nach 24 Stunden im Bayern-Trikot seinen ersten Titel holt, auch wenn er sich bestimmt anders gewünscht hätte, genauso wie Trainer Thomas Tuchel, den man hier aber genauso wie die restlichen Spieler in die Kritik nehmen muss. Denn das war wieder mal ein wirklich uninspirierter Auftritt, wenn wir es uns mal anschauen. So ist man schon klar spielbestimmend, hat mehr Chancen, aber die erste Halbzeit ist halt wieder mal ein Sinnbild. Leipzig mit zwei Chancen, macht direkt mal zwei Tore. Generell war das wieder mal eine Dani Olmo Masterclass. Nicht nur wegen der drei Tore, aber gerade das zweite Tor war halt wirklich überragend gemacht. Und das frühe 1 zu 0 hat den Leipziger natürlich in die Karten gespielt. Sie haben direkt mal hochgepresst und konnten dann halt in Führung gehen. Danach standen sie deutlich tiefer und haben halt auf Umschaltsituationen und Konter gelauert. Was in der ersten Halbzeit gar nicht mal so oft gelungen ist, da hatte nämlich Bayern noch eine Doppelsex mit Kimmich und vor allem Leimer, der eine gute Absicherung darstellt auf dem Feld. Allerdings musste bzw. hat sich Tuchel dann für die zweite Halbzeit für einige Wechsel entschieden. Vor allem halt die Systemänderung. Er brachte nämlich einen weiteren Offensivspieler, hat dann eben Leimer rausgenommen, sodass Kimmich die alleinige 6 spielen musste, was dann halt vor allem gegen den Ball problematisch wurde, sodass auch Leipzig in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Chancen hatte, sodass Leipzig letztendlich einen höheren Expected Goalswert hatte, sowohl in Halbzeit 1 als auch in Halbzeit 2, trotz weniger Chancen, was halt eben zeigt, dass sie die qualitativ besseren Chancen hatten. Letztendlich sind es 1,45 zu 1,93 Expected Goals für die Leipziger. Daher kann man sagen, der Sieg geht vielleicht in Ordnung. Dennoch ist es natürlich vom Ergebnis her deutlich zu hoch. Aber Bayern hat es ihnen natürlich auch einfach gemacht, dann letztendlich sie auszukontern, gerade mit der Systemumstellung. Und ansonsten rechtfertigt dieses hohe Ergebnis halt vor allem auch die fehlende Durchschlagskraft bei den Bayern. Ich meine, man kam zwar zu Chancen zunächst, hat sie aber nicht genutzt. Letztendlich kam man nicht mal mehr zu Chancen, als dann eben mit Harry Kane ein richtiger Zielspieler auf dem Feld war. Das war einfach zu uninspiriert, da haben die Kreativspieler gefehlt. Ich fand, Musiala wurde dann letztendlich zu hoch eingesetzt, um irgendwas zu kreieren. Und dann wird halt eben auch noch Kimmich rausgenommen, der einer der wenigen ist, der kreativ etwas von hinten heraus kreieren kann. Und dann hat man halt eben mit Goretzka auf der alleinigen Sechs gespielt. Und ja, da will ich gar nicht mehr drauf eingehen. Also das war halt wirklich katastrophal. Generell viele Unkonzentriertheiten, schwache Flanken, die dann plötzlich komplett über das Tor gehen. Also Bayern ist irgendwie völlig von der Rolle. Und hat das halt eben aus der letzten Saison mitgenommen, in das erste Pflichtspiel dieser Saison. Was einen dann schon ein bisschen beunruhigt. Auch Kim hat jetzt kein überragendes Debüt gegeben. Ich fand Mas Raui, der dann als Rechtsverteidiger zur Halbzeit für Pavard kam, war einer der wenigen Lichtblicke. Der hatte einige gute Aktionen. Gleichzeitig passt es dann aber auch genau in dieses komische Bild, dass genau er derjenige ist, der dann letztendlich den Handelfmeter verursacht, der zur 3 zu 0 Führung für Leipzig führt. Wonach dann auch bei Bayern so ein bisschen die Luft raus war und sie nicht mehr wirklich zu Chancen kamen. Und da muss man auf jeden Fall dran arbeiten. Gerade Kane war halt überhaupt nicht ins Spiel eingebunden. Was halt auch nicht wirklich verwunderlich ist. Der hatte erst eine Trainingseinheit mit der Mannschaft. Aber der gesamte Auftritt wirft schon so ein bisschen ein schwaches Bild. Sowohl auf die Mannschaft als auch auf den Trainer. Denn wenn ich darauf noch kurz zu sprechen komme, so fand ich den Matchplan von Tuchel ein bisschen komisch. Weil man halt einfach die Stärken der Spieler nicht wirklich eingesetzt hat. Denn er hat in einem flachen 4-2 zunächst aufbauen lassen. Mit Davies und Pavard als Außenverteidiger. Die dann halt eben im Aufbau recht tief waren. Und bei hohem Ballbesitz oftmals so ein bisschen in die Mitte gezogen sind. Um dann halt eben die Passwinkel auf die Flügel zu öffnen. Aber das liegt halt nicht unbedingt in dem Naturell beider Spieler. Davies ist eher einer, der die Breite links hält und mit Offensivaktionen glänzt. Während Pavard halt nicht unbedingt ganz mit nach vorne mitgehen sollte. Er absichern sollte und ins Zentrum ziehen kann er. Aber das Ganze ist nicht wirklich optimal. Letztendlich hat er es dann auch beibehalten. Er hat zwar nur noch mit einem Sechser gespielt. Hat dann eben die Außenverteidiger dennoch im Aufbau recht tief behalten. Und da keine Veränderungen vorgenommen. Was ich ein bisschen fragwürdig finde. Gerade mit Davies, den würde ich doch gerne ein bisschen höher sehen. Wie er es auch im Pressing-Schema tatsächlich war. Aber im eigenen Ballbesitz halt nicht. Und das Ganze kann man so sagen, ist letztendlich auf jeden Fall nicht aufgegangen. Marco Rose hat das Taktik-Battle, wenn man es so sagen will, auf jeden Fall für sich entschieden. Und am Ende steht halt eben leider ein Titel für RB Leipzig und ein enttäuschender Saisonauftakt, sag ich jetzt mal, für die Bayern. Die definitiv jetzt noch an einigen Baustellen arbeiten müssen. Sei es mit Transfers oder halt eben an der Coaching-Arbeit mit den Spielern im Training und so weiter. Also da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Aber das soweit meine Einschätzung zum Spiel. Lasst mich gerne eure Meinung dazu oder zum Spiel in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.